Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf ein Wort vom Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Mein Name ist Nils Hensel und ich begrüße Sie im Namen von Detlef Rüsing und Christian Müller-Hergel, also dem gesamten Team des DZLA. Ja, wie Sie wahrscheinlich auch verfolgen wir die Nachrichten und sind entsetzt über das, was wir dort erfahren, was in der Ukraine gerade passiert. Viele pflegende, aber auch natürlich gepflegte, ältere Menschen sind dadurch wieder an eigene Flucht- und Kriegserfahrung erinnert und es ist natürlich eine große Tragödie, was sich dort abspielt und in den Gedanken sind wir natürlich auch dabei und hoffen auf Frieden, der sich dann hoffentlich bald in Europa wieder einstellen wird. Ja, als erstes, was steht an in der Dialogakademie? Als erstes wird es ein Seminar geben zu Sexualität und Demenz am 07.03. geleitet von Detlef Rüsing. Da können Sie sich auch noch kurzfristig zu anmelden. Ein sehr spannendes Thema und wirklich toll, dass wir dazu ein Seminar auf die Beine stellen konnten. Ja, als zweites wird es ein Seminar geben von Christian Müller-Hergel zur Pflege von Menschen mit Depressionen im Alter am 16.03. Da können Sie sich auch kurzfristig noch zu anmelden und zwar unter der www.dzra.de-dialogakademie. Ja, bevor wir auf die aktuellen Beiträge eingehen, möchte ich noch einmal auf die Beiträge in den letzten Monat eingehen. Da gab es einen Beitrag zu Kunst und Demenz von Christian Müller-Hergel, Post aus dem DNQP. Es wird ein neuer Expertenstandard entwickelt. Dann gab es einen Beitrag von Christian Müller-Hergel zu dem Thema Special Care Unit. Und zuletzt gab es eine neue Ausgabe des Forschungs-Newsletter. Im Forschungs-Newsletter werden Forschungen im Bereich der Grund- und Psychiatrie allgemeinverständlich zusammengefasst, runtergebrochen, eingeordnet. Ja, schauen Sie da gerne mal rein. Alle Informationen finden Sie hier in der Infobox unter diesem Beitrag. Kommen wir nun zu den Beiträgen, die Sie auf dem Blog des Dialogzentrums im März erwarten können. Christian Müller-Hergel startet mit einem Beitrag zu Lesen und Demenz. Danach wird es einen Beitrag geben, eine Fallstudie. Anschließend einen Beitrag auch von Christian Müller-Hergel zu dem Thema Psychotherapie und Demenz, ein kritisches Klossar. Danach werde ich einen Beitrag veröffentlichen zu dem Thema Migration und Pflege. Deutschland hat sich ja in der gesamten Geschichte verändert durch Migration. Nicht erst seit 2015 sind viele Menschen aus Osteuropa, aber auch aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Pflegearbeit. Ja, beschließen möchten wir den Monat wieder mit dem Podcast von Detlef Rüsing, Wissenstransfer. Den können Sie ab sofort auch immer hier auf YouTube abrufen. Dazu haben wir auch eine Verlinkung unten in die Infobox für Sie gelegt. Ja, wie können Sie das Dialogzentrum unterstützen? Mit einem Abo auf jeden Fall. Hier unter diesem Video gibt es ja den Abonnieren-Button, ja, indem Sie uns schreiben an die dzla.hs-osnabrück.de. Lobkritik, Anregungen sind herzlich willkommen unter diesem Beitrag oder auf dem Blog, jederzeit möglich. Ja, und wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, ist das natürlich auch möglich. Dazu können Sie sich dann auch gerne dort melden, beziehungsweise an den Herrn Detlef Rüsing schreiben, an die d.rüsing.hs-osnabrück.de. Ja, herzliche Grüße auch von meinen Kollegen Detlef Rüsing und Christian Müller-Hergel. Wir wünschen Ihnen trotz aller Widrigkeiten, die wir ja auch noch durch die Pandemie haben, einen guten Start in den Monat. Alles Gute. Auf Einwort. Auf Einwort.